Na alle zusammen, mich hier ist wieder Deutscher Land und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar T3 Items aus dem Wert Naxx. Und da war ich wieder fleißig, hab mir ein paar Druckmittel des Todes zusammengefarmt. Und die wollen wir jetzt raushauen. Insgesamt 120 Stück, heißt 40 Tokens insgesamt. Und dementsprechend würde ich sagen, gammeln wir diesmal auf den Gürtel. Denn ich brauche in meinem Repertoire eventuell noch ein paar Gürtel. Hat ja das Aufsicht, ich bin die aktuell ein bisschen am Verkaufen, die Sachen. Verteile die auf verschiedene Servern. Kaufe teilweise auch Items günstig auf manchen Servern ein. Verkaufe die wieder. Und ja, da bin ich gerade so ein bisschen dran. Ich will quasi damit Gold verdienen, um mir selber T3 kaufen zu können. Aber tatsächlich nicht über den Händler, sondern erstmal im Black Market. Versuche da erstmal so ein paar Items günstig zu schießen. Und den Rest werde ich wahrscheinlich dann mir selber hier ergämbeln. Aber da muss man mal gucken. Aktuell habe ich nur das vom Gürtel komplett. Und von den anderen Rüstungsklassen sieht es noch sehr schlecht aus. Also da habe ich tatsächlich noch nicht sonderlich viel. Das Gute ist, hier wenn ich ein bisschen gamble, kriege ich ab und an auch dieses Frülacta-Gewebe raus. Und das braucht man ja dann, um hier zum Beispiel diese Handgelenke, die ich aktuell hier habe, abzugraden. Und mal gucken. Vielleicht kriegen wir ein paar von den Gewebe raus. Ein paar Items, die was wert sind. Und wenn wir ganz viel Glück haben, gibt es ein schickes T3-Teil raus. Beziehungsweise ein Base-Piece. Wie ist das vom letzten Mal hier, das Kreuzfahrer-Ding. Da habe ich gleich beim ersten Mal das Teil drin. Also beim ersten Umwandeln. Vielleicht haben wir jetzt noch mal so viel Glück. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay, das wäre jetzt auch arg komisch gewesen. Aber vielleicht kommt hier insgesamt was rum. Und ja, mal gucken. Bis jetzt sieht es eher schlecht aus. Wenn das ein oder andere Item dabei ist, was relativ gut was wert ist, dann kann ich das vielleicht nur als T-Mog-Maha verkaufen. Die sind natürlich immer auch ein bisschen, naja, Slow-Seller, so T-Mog-Sachen. Aber das ein oder andere geht schon weg, wenn man es zu einem halbwegs vernünftigen Preis im A hat. Oh ja, hier sind ein paar Sachen. Das eine ist jetzt 5k wert. Das Gewebe habe ich jetzt auch gerade zwei hintereinander bekommen. Das ist auch nicht schlecht. Ihr müsst rechnen, jedes Gewebe kostet bei dem Händler 2k. Heißt, wenn man eh vorhat, sich T3 zu holen, dann sollte man das am besten auf dem Charme machen, mit dem man das holen will. Ah, was haben wir denn hier? Was sagt er? 500k. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt wird der ein oder andere sich fragen, wahrscheinlich, ich habe jetzt relativ viele T3-Openings aufgenommen. Die kommen jetzt halt so nacheinander. Kann natürlich sein, dass die Preise, bis ihr das Video hier seht, schon ein bisschen zurückgegangen sind. Und das ist auch natürlich auch sehr unterschiedlich, auf welchem Server ihr guckt. Auf manchen Servern ist halt alles gedammt, weil sehr, sehr viele das Zeug in Zaha stellen. Und auf manchen Servern sind halt keine drin oder nur ein paar. Und da sind die Preise halt hoch. Also das ist sehr unterschiedlich. Dementsprechend machte es sich halt mit mehreren Accounts, dass ich die dann auf manchen Servern kaufe, wo die sehr runtergedammt sind und auf einem anderen Server wieder verkauft. Letztens habe ich Sachen für teilweise 200k und drunter gekauft und habe sie dann für 600k wieder verkauft. Also da ist natürlich eine gute Gewinnspanne drin. Muss man natürlich einiges Mal reposten und im Markt bleiben, was natürlich auch zeitantivisiv ist. Aber man kann das einige an Gold machen, eine oder andere. Und ja, hier hatten wir jetzt auch Glück. Hab noch einen Gürtel rausgezogen. Sehr schön. Zusätzlich können wir jetzt noch ein bisschen gucken. Was haben wir hier? Wir haben einen Gürtel mit 6k. Ne, was ist der Wert? 9k sogar, nicht 6k. Pondant. Na gut, das können wir probieren, den Gürtel hier. 9k ist das Wert. 5k, das können wir auch mal noch gucken. 1000. Das können wir mal schauen. Knapp 1000. 31. Das sind irgendwelche grauen Sachen, ne? Das sind, meine ich, fast alles World Drops, die man hier rauskriegt. Dementsprechend sind dann natürlich manche Items auch sehr, sehr selten. Die kannst du halt auch nicht vernünftig farben. Die können dann halt überall droppen in Classic zu einer Chance von 0,0 irgendwas. Und auch hier beim Gambeln können sie halt drin sein. Gut, ich kann mir schon vorstellen, dass das Gambeln hier natürlich die Preise auch ein bisschen nach unten treibt. Ganz klar. Juti, dann sind wir da wieder durch. Gürtel haben wir auch eingetütet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ihr wollt, im nächsten Opening Video. Bis dahin. Ciao.